Ich glaube, da geht ein bisschen mehr. So, die Zeit von den Blitzern. 8,999. Jo, den brauchen wir. So, da geht die Kora. Ach, die Kora wird da jetzt schon. Die Kora wieder an den Start. So, Start frei. So, der Herr Doktor wird im Rückspiegel auch schon wieder ganz gewaltig. Super, Herr Doktor. Ja, die liebe ich. So, was hat die Kora? 8,224, die gefahrene Zeit von der Kora. So, und dann die junge Kora, da sagt man hinterher, mal gucken. Doktor Drehmoment höre ich hier gerade. Ford Mustang, 505 PS, Start frei. So, die junge gegen die alte Kora. Was macht die junge Kora? 7,589. So, die kora. So, die kora. So, in gibt es einfachen hier runter. Unsere Kora? So, jetzt bis dieporteriiiii. So, jetzt�.